Hallo und herzlich willkommen bei der Tagesschau. Heute war... Was soll das denn jetzt? Warum ist der jetzt kaputt gegangen? Boah, dieses Eis, das nervt mich. Und dieser Fernseher ist recht. Runter mit dem! Was mache ich denn jetzt? Ah! Blöder Fernseher, blöder Fernseher. Hände hoch und rück das Geld raus! Okay, okay, ruhig, ich ergebe mich! Dup, 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 dup! Oh! Hilf mir, ein Dieb! Was haben Sie bloß meinem Mann angetan? Geben Sie sofort das Geld zurück! Dankeschön! Hab ich doch gern gemacht! Ich hab dich lieb! Oh, ich dich auch! Ja, ich hab dich lieb! Ich hab dich lieb! Vielen Dank.